Musik Viele Leute fragen sich, was hinter den Kulissen von der Berlinale alles so los ist. Für euch haben wir hier ein paar Antworten von Nicola. Nicola war lange Zeit auch bei Bern stark, arbeitet jetzt in der Presseabteilung von 16 Generation. Ohne die wäre hier alles nicht so, wie es jetzt ist und wir könnten hier nicht auf die Berlinale gehen. Wir haben uns mit Niki in einer Rügenminute getroffen. Du arbeitest jetzt momentan bei der Berlinale in der Sektion Generation, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Ich arbeite da bei der Presseabteilung. Und was sind so deine Aufgaben? Was machst du so den ganzen Tag? Meine kleine Schwester hat gesagt, vorhin Filme gucken, das stimmt nicht ganz. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich alle Filme von K-Plus und 14-Plus gesehen, aber nur weil ich halt bei den Presseverführungen dabei sein musste, in Anführungszeichen, um zu gucken, dass Ton läuft, dass der Film läuft, dass das nicht stehen bleibt und auch die Journalisten mit Kaffee in den Pausen zu versorgen. Ansonsten, wenn ich im Büro sitze, schreibe ich den Kurzfilm-Mails, wenn wir noch ein Presseheft brauchen oder noch Filmausschnitte brauchen und arbeite an der Social-Media-Seite von der Generation bei Facebook. Und wie hast du die Begeisterung für die Berlinale gefunden? Oder wie hat das alles angefangen? Willst du uns da kurz was drüber erzählen? Also es hat tatsächlich hier angefangen, bei Bernstark, 2010 schon. Das sind jetzt sieben Jahre her, oder? Wenn ich richtig rechne. Und da habe ich das erste Mal genau mitgemacht und den Workshop mitgemacht und dann während der Berlinale mitgemacht, aber damals erst hinter der Kamera. Ich habe mich noch nicht so vor die Kamera getraut. Und dann habe ich das jedes Jahr wieder gemacht und dann auch vor der Kamera. Und 2014 saß ich dann auch einmal in der Jugendjury bei Generation 14+. Und ja, also ich liebe die Berlinale. Also ich bin bisher immer nur bei der Generation gewesen, nie in anderen Bereichen. Und dann habe ich dieses Jahr halt gesehen, dass die auch Praktikanten suchen und dachte so, das wäre auch mal schön, irgendwie nochmal von der anderen Seite die Berlinale zu sehen. Und du hast gerade gesagt, du warst in der Jugendjury. Was hast du da so erlebt und was hast du da gemacht? Juryarbeit, das heißt, man guckt dann alle Kurzfilme und Langfilme aus dem 14-Plus-Bereich, jetzt weil ich ja in der 14-Plus-Jury saß, und entscheidet dann halt zusammen in ganz langen Diskussionen, welcher Film dann gewinnt. Und willst du uns ein bisschen was über die Sektion Generation erzählen? Was sind irgendwelche Besonderheiten? Das habe ich auch erst dieses Jahr gelernt. Also vieles habe ich erst dieses Jahr gelernt, wenn man so da arbeitet, da kriegt man eine Menge mit. Also das ist erstes Kinderfilmfest, ab sechs Jahre hieß das. Ich weiß jetzt nicht, 1900 irgendwas fing das an. Und dann ab 2008, glaube ich, hieß es dann Generation K-Plus, 14-Plus. Halt nicht nur ab sechs Filme, sondern auch Filme ab, also acht Jahren und ab 14 Jahren so. Und genau, Marianne leitet das schon sehr, sehr lange, also Marianne Redpath. Und ja, was willst du noch wissen? Mir fällt gerade so spontan gar nicht mehr dazu ein, was man noch dazu erzählen könnte, weil es ist einfach ein Fest. Bei der Berlinale darfst du ja in alle anderen Sektionen erst ab 18. Und bei dieser Generation ist halt der Vorteil, dass du auch, wenn du jünger bist, schon ins Kino kannst, die coolen Filme gucken kannst. Und danach vor allem halt auch mit den Filmteams auf der Bühne. Da kannst du noch Fragen stellen, weil meistens der Regisseur da ist oder die Hauptdarsteller. Du bist ja 18 oder über 18. Wirst du dieses Jahr auch in andere Sektionen reinschauen oder bleibst du trotzdem in der Sektion Generation? Ich werde nicht so viel Zeit haben, Filme zu gucken, weil ich während der Berlinale im Pressezentrum im High-Hotel sitze und mich da um Pressekram kümmere, Fotos mir anschaue, die der Fotograf von der Generation macht und beschrifte und zuordne. Aber wenn ich Zeit habe, werde ich auf jeden Fall mal in andere Sektionen gucken. Ich habe mir schon eine Karte gekauft für Perspektive deutsches Kino. Und ab und zu werde ich vielleicht mal zu einer Premiere noch gehen von Generation. Aber da ich die Filme schon gesehen habe, werde ich jetzt nicht mehr so viel, bei Generationen sein wahrscheinlich. Vermisst du Bärenstark auch ein bisschen oder ist die Arbeit, die du jetzt machst, interessanter? Ich würde nicht sagen interessant, das ist mal halt was Neues. Ich war jetzt so lange bei Bärenstark und ich vermisse auf jeden Fall Bärenstark und werde das auch während der Berlinale-Zeit vermissen, die Filme zu gucken und Interviews vor allem mit den Filmen machen zu führen. Das habe ich ja dieses Jahr dann nicht mehr die Möglichkeit. Aber es ist ja jetzt was Neues, was ich jetzt habe und das ist auch mal schön. Was machst du, also inwiefern hast du danach noch was mit der Berlinale zu tun oder willst du es nächstes Jahr wieder machen? Was denkst du? Ich werde auf jeden Fall weiter zur Berlinale gehen. Vielleicht auch irgendwann mal, wenn da, also wir sind nicht so viele Mitarbeiter bei der Generation und zurzeit sind halt alle Plätze sozusagen besetzt. Aber vielleicht irgendwann mal nochmal hingehen und da anfangen zu arbeiten. Also ich könnte es mir vorstellen, das macht auf jeden Fall Spaß. Und könntest du dir vorstellen, auch mal in der richtigen Jury zu arbeiten oder ist es schwerer, da reinzukommen? Also man wird ja immer eingeladen in die Jury. Bei K-Plus und 14-Plus ist es ja so, dass du so einen Zettel ausfüllst nach den Filmen und in die Kästen wirfst und dann halt ausgewählt wirst. Aber bei der Wettbewerbsjury, da wirst du eingeladen und da musst du entweder Filmemacher sein und Filme gemacht haben oder irgendwie halt bekannt sein und dann wirst du eingeladen und deswegen, ja, das wird auf jeden Fall schwerer, da reinzukommen. Wenn ich eingeladen werden sollte, irgendwann mal, würde ich natürlich mitmachen. Dankeschön, Niki, für das Interview. Und weitere Interviews oder andere Sachen findet ihr auf Social Media.